Und was machen Sie, um fit zu bleiben? Um fit zu bleiben mache ich im Moment noch nicht so viel, aber am Donnerstag fange ich ein neues Fitnessprogramm an. Weil ich habe jetzt ein bisschen was zugenommen und was grundsätzlich nicht schlimm ist, ich setze mich da nicht unter Druck. Aber ich mache ein tolles Programm von Charlotte Würdig und da freue ich mich jetzt drauf. Heißt, es war wieder Disziplin, was ich bis jetzt halt nicht so an den Tag gelegt habe, aber ich freue mich drauf. Was sind denn jetzt Ihre nächsten Projekte? Meine nächsten Projekte sind die DTM geht los am Wochenende, also Motorsport bin ich ja immer heiß dabei. Das geht wieder los und ansonsten NTV, PS, das Automagazin, sind wir viel unterwegs, jetzt demnächst in Paris, also ich bin gut unterwegs im Moment.